Hilarion Von 22. bis 29. Februar 2015 Von Marlenes Wittlishoff Hilarion Ihr Lieben Während ihr euch am Scheideweg der Menschheit befindet und überlegt, für welchen Weg sie sich entscheiden wird, wisst, dass ihr dabei nicht hilflos seid. Ihr habt die Fähigkeit, Veränderungen in den morphogenetischen Feldern zu bewirken, die die Muster und die Formen des Ausdrucks aller Dinge steuern. Diese, euch in allen Situationen umgebenden Felder der Verhaltensmuster, verbinden alle Menschen miteinander, beeinflussen ihre Verhaltensweisen, ihr Wissen und ihre Wahrnehmung und wirken wiederum auf diese Felder zurück. Es sind diese Felder, aus denen ein jeder das kollektive Wissen von den vergangenen Vertretern seiner Spezies vererbt bekommen hat und das auch zu der kollektiven Erinnerung künftiger Generationen beiträgt. Siehe unten stehenden Link, und deshalb sagen wir euch, dass ihr machtvoller seid, als ihr euch vorstellt, und warum es so sehr wichtig ist, eure Gedanken, Worte und Handlungen abzuwägen. Durch eure konzentrierten Intentionen, eure Liebe, eure intuitive Klarheit und euer Licht kommen die Veränderungen der bestehenden Muster in diesen Feldern. Ihr seid es, die sie neu formen. Alles ist eine Frage der Perspektive, wenn ihr euch durch diese Felder hindurch arbeitet. Bewertet eine jede Situation, die euch begegnet, lernt so viel über sie, wie ihr nur könnt, erwägt alle Vorteile und Nachteile der Wege, dieser Situation zu begegnen und trefft dann für euch die beste Wahl. Vertraut dabei in euch und glaubt daran, das Beste für euch an diesem Punkt getan zu haben. Vielleicht wird euch die Zeit zeigen, dass dies nicht der beste Weg war und wenn das der Fall ist, seid bereit, die Konsequenzen aus eurer Entscheidung zu tragen, ändert die Dinge dort, wo es möglich ist und notwendig erscheint und lernt aus dieser Erfahrung. Im Leben geht es darum zu leben und nebenbei stehen zu bleiben oder ein passiver Beobachter eures eigenen Lebens zu bleiben. Zu vielen Menschen wurde eingetrichtert auf andere zu vertrauen und zu warten, damit das getan wird, was getan werden muss. Diese Konditionierung muss nun geändert werden. Das erfordert aber eure Hingabe und das entsprechende Bewusstsein dafür. Ihr seid dazu bereit. Während die Energien auf dem Planeten stetig zunehmen, ist alles mehr in Bewegung geraten und so hat auch eure Fähigkeit, die morphogenetischen Felder zu beeinflussen, stark zugenommen. Bei euren täglichen Gedanken und Handlungen ist Umsicht geboten. Beginnt euren Tag damit, euch mit der göttlichen Essenz in Einklang zu bringen und bleibt dieser Schwingung euren ganzen Tag hindurch treu. Wiederholt die für euch wirksamsten Affirmationen, die eure höchste Vision und das Höchste und Beste wohl nicht nur für euch, sondern für alle auf eurem Planeten bringen mögen. Seht euch selbst als die starken und weisen Wesen, die ihr wahrlich seid und lebt und werdet dazu. Werdet diese starken Wesen, die ihre Macht benutzen, um das Gute in ihrer Welt zu manifestieren. Ihr seid in diesen Zeiten durch euren starken Willen und eure Entschlossenheit so weit gekommen, und es ist nicht an der Zeit aufzugeben, und all eure Arbeit und Mühen umsonst gewesen sein zu lassen. Macht in eurem Bemühen weiter, lasst weiter los und reinigt all die Energien, die immer noch an die Oberfläche kommen und denkt daran, dass diese nicht immer Folge von etwas sind, das ihr persönlich ertragen, erfahren und zu verantworten habt. Es ist oftmals eine Reinigung von etwas, das das gesamte kollektive morphogenetische Feld betrifft und das alles Leben besonders beeinflusst und betrifft. Ihr spielt eine Rolle, zu der ihr euch vor eurer aktuellen Inkarnation bereit erklärt habt. Es ist die Zeit einer umfangreicheren Erlösung und des Loslassens für alles und jeden, der zuvor von den alten Paradigmen konditioniert und beeinflusst wurde. Und wenn ihr euer Werk verrichtet, bleibt energetisch so rein wie möglich. Ihr seid eine Schrägstricher der vielen an vorderer Front arbeitenden Lichtarbeiter für euren Planeten und alles, was ihr gerade erlebt, dient dem größeren Guten aller, auch wenn sich das im Moment vielleicht für euch nicht so anfühlen mag. Ihr habt die großartige Fähigkeit, die dichteren Energien umzuwandeln, die die Menschheit von der erweiterten Bewusstheit und Bestimmung der wahren Natur ihrer Leben auf diesem Planeten abhalten. Lasst euer Licht wie eine strahlende Sonne scheinen und strahlt dieses Licht von eurem Herzchacker aus auf alles und jeden, der euch umgibt. Eure Präsenz als Botschafter des Lichts und der Liebe für den Schöpfer macht einen entscheidenden Unterschied aus. Ihr helft dabei, das uralte Wissen und die Weisheit auf eine Weise in diese moderne Welt zu bringen, die für die heutige Zivilisation geeignet ist, um sie anzunehmen, über sie nachzusinnen und aus ihr lernen zu können und so die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden. Ihr seid die Verankerung und die Kanäle, die Regenbogenbrücken der Liebe und des vollen Lichtspektrums, das diamantene Licht, dessen Präsenz ihr auf eurem Planeten wahrlich spürbar werden lasst. Bis nächste Woche. Ich bin Hilarion.